ja als hat meine lieben freunde der gepflegten unterhaltung so sieht er aus der keule so sieht ein kleiner aus der nur scheiße ich hatte mal ein vorstellungsvideo ich nehme jetzt auch mal 1000 videos weil ich war gerade in cold war black ops naja viel gehypt für nächstes ich fand das ist dasselbe black ops wie die letzten zehn jahre der einzige und besser geworden ist die grafiken bisschen aber das liegt ja eher an den video na gut na gut die leute die halt dauert an die hatten die sehen das auch dass die grafik besser kommt ja ich bin totaler invidia und intel fanboy absolut stehe ich zu gebe ich zu ob das im video bleibt weiß ich sowieso nicht darum kann ich aber was ich will ich ruf durch die sonne ja wohl guck mal hier einfach der hübsche eigentlich wollte ich in seiner woche online sein aber ich habe mir gerade voll die probleme mit dem scheiß sagt ob so bs ist ob es im letzten ob es das ist ob es das ist und fundsinnig wir haben funktioniert auch nicht die fokussiert nicht oder heute ist die fit was ist denn da los gestern kommt so kein wort lesen heute ganz alles lesen wahnsinn ich weiß jetzt auch noch müde auf jeden fall finde ich es wird mal zeit ich habe auch bock drauf ich werde auf dem kanal jetzt hier demnächst bisschen ordentlich zeug hochladen viele videos machen wie reaktion tut jeder klar keine frage jeder reaktion auf irgendein scheiß aber ich möchte auch so themen aufgreifen ihr mich persönlich interessieren wirklich wo aber auch kommt ob es jetzt irgendwie ein kollege der hat ein problem gehabt dazu dachte ich mir eigentlich stimmt aber noch nie viel von gehört geht es jetzt noch nicht darauf einbaut hat aber ich habe ein paar probleme ja also das ist ein problem sind aber wofür profil probleme gemacht werden da kommt auf jeden fall eine coole story mit einer mit der rücksendung von amazon ja da habe ich tatsächlich im internet oder auf youtube noch nichts drüber gefunden und mich würde mal interessieren was die leute davon sowas halten ja das wird auf jeden fall mein upcoming video da geht es dann um eine rücksendung zu amazon man bekommt ja mal was in diesen tüten geschickt was machst du wenn das ding das kaputt ist und du hast ja einen karton und ich bin einer der sitzen da und ich mache auch weihnachtsgeschenke voll filigran auf ich mache nicht die reiste auf ne macht dann immer schön so bin ich meine tüten auch ich nehme mir einen klatter messer und dann schreit das ding vorsichtig auf holen mein lud daraus und dann wenn ich fest dass der kaputt ist will den krönig zurückschicken und habe keinen karton bei marie nimmst du die tüte label klebst einfach so was ich aber auch die zum ausdrucken waren wunderbar aber ich erzähle jetzt nicht was da passiert ist war die story ist auf jeden fall der knaller mein hintergedanke war bevor ich jetzt ein karton kaufen gehe dafür erstmal geld ausgeben und ob ich jetzt ein karton hole oder das ding in plastik lieber noch mal verwende weil ich bin eigentlich nicht so der umwelt aber also ich bin jetzt keinen weiß ich nicht klar umwelt ist wird mir mit der zeit ist mir mit der zeit immer wichtiger worden aber da sind naja wenn da halt mal ein tütchen plastik drum ist ja aber wenn du sachen geschickt bekommen ist wo plastik in plastik geschützt noch mal von plastik und klebeband und das noch mal in plastik da sind dann einzelteile die alle noch ein plastik sind aber selber noch mal beklebt mit der schutzfolie aus plastik alter hallo wo war das ist denn da los das fand ich schon ein bisschen heavy aber das ding war ja auch noch kaputt wollte ich so ein usb hat so mehr ist das nicht gewesen ich habe ihn auf jeden fall zurück schicken wollen und war dafür eine story kommt wenn ihr euch darauf freuen die ist also ja ich glaube die wird gut für meine erste story nicht vielleicht wie ich sie bringe aber die story an sich wird bestimmt gut sein und wie jeder andere werde ich auch sagen werden etwa nehmen aber da lasst und die glocke aktiviert ja 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 aber schreibt mir auf jeden fall in die kommentare ihr müsst nicht liken ihr müsst nicht disliken aber auch noch kein abo dazu lassen mich interessiert tatsächlich die meinung von euch dazu das ist alles wenn ihr zufällig auf diesen roten knopf drückt der rechts ist natürlich freue ich mich dann der welcher werden lügner wenn ich nicht sagen wenn ich nein sagen würde und das wird auf diesem kanal nicht passieren das ist ein versprechen vom ersten tage an das video bleibt online jeder kann das runterladen und als punkt gegen mich verwenden irgendwann was ich sagen werde und erzählen werde und hier und auch aufdecken werde hat alles hand und fuß und kann von mir immer belegt werden ohne quatsch ich versuche mal wirklich diese wie nennen sie es immer ne warte mal nicht durchschaubarkeit viele sind durchschaubar das ist richtig aber das wollen sie ja nicht sein wo ich sie transparent war da die genau die wollen doch transparent sein der klamotten technisch bestimmt nicht schlecht aus aber naja auf jeden fall ich möchte euch mal zeigen dass es kanal gibt der ganz klein anfängt obwohl es den schon seit 2013 gibt aber dank corona habe ich jetzt die zeit dafür mir eine kamera zu kaufen podcast natürlich einen bock drauf aber hier habe ich bock drauf glaubt mal richtig bock hier drauf es tauchen momentan so viele themen auf dank corona dem und wort das jahrhundert sagt keine ahnung ich kann da wollte ich mach das bier noch nicht mal mehr in dem komischen fusch virus da nein ich bin kein dagegen sprecher den gibt es nicht aber man kann auch die kirche meinem dorf lassen hier wurde einige brützlige themen geben jetzt nicht so wieso zerstört die cdu übrigens kurs an wieso ich liebe den typ der ist der knaller ehrlich der so ist der burner so was werde ich hier glaube ich nicht vom stapel reißen aber auf können ausrufen aber ich versuche jetzt mal in den vordergrund zu brechen mit ein paar sachen und werde mit sicherheit dem einen oder anderen auch ein bisschen auf den fuß treten dem einen bewusster dem anfang unbewusster ich würde bin gespannt wie ich ankommen ob die themen die ich bringe ankommen ob die ich bin der nächste der bock hat er will noch nicht nein 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 gibt mir eine chance und guckt tatsächlich mal rein wenn das eine minute ist interessiert mich nicht überhaupt macht aus aber das sind themen die mich interessieren was er zu sagen da geht es um rücksendungen da geht es um dies da geht es um ämter da geht es um polizisten die total über die strengen schlagen da geht es um kassierer die totale würde naja ja ja war ganz große nachrichten hier in trost auf haben sich zwei russen mit polizisten angelegt weil sie die maske nicht anziehen wollten politiker deutsch was ich bin ein mensch ich brauche keine maske tut mir leid ich habe viele russische freunde ich mag die russen aber sowas leute das hätten auch albana türken deutsche sein können ist mir scheißegal dieses verhalten an sich sieh doch die scheiß maske an wenn du da drinnen willst man nein die haben sich mit dem kaufland war glaube ich da mich da geprügelt wenn ihr jetzt schon sehen hat ich nicht lüge geht auf google und guckt nach schlägerei polizei mit russen in trostdorf im kaufland man hat kaufland ja man meinte von wem eine von diesen handy aufnahmen ist aber da hatte ich den kanal noch nicht vorher hochzuziehen aber jetzt da habe ich das handy nicht mehr da hinten das als backcam auftauchen wird das ist nicht aber ich weiß auch nicht wo das hingekommen ist bin ich ganz ehrlich freunde beklauen augenthema wohl was ich aufreißen werde früher konzession brauchen wir auf dich liegen lassen und jetzt ruf die send weg ist so gut weg warte ich habe da muss ich auch dazu sagen das werden sie an dem ersten video schon sehen dass das erstmal noch nicht so top ist mit schneiden und thumbnails und bla 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 die werden erstmal nicht so toll sein aber sagt mir was ich besser machen kann was ihr scheiße findet nur so kann ich lernen was ich für euch besser machen kann sagt mir kein charme knall raus immer mit dem offenen maul da hat man dir denkt raus damit soll man eigentlich nie machen aber das habe ich mein leben lang so gemacht darum habe ich auch so gut wie keine freunde aber das ist mir scheißegal finde ich sogar gut man muss sagen was man denkt ehrlich und was man fühlt und nicht drumrum blubbeln anderen nach der schnauze labern das gibt es hier nicht das wird es hier nicht geben nein wenn mich einer voll labert und ich mag den nicht dann sage ich dem typ ich habe gar keinen bock mit dir zu labern raffst du das nicht ich kann nicht leiden verpiste ich gehe mir aus den augen ende ende aber umgekehrt kann man so auch zu mir kommen und so interessiert mich auch nicht und meine mutter einen job und deine putzt bei der ruhe was ist denn dein problem dann sind die richtig abgefuckt die jungs ihr müsst nur wissen was er den kontert da werden auch ein paar gute stories kommen alle belegbar alle belegbar so ein ordner junge jugendare ist diese scheiße das wird ein interessantes dingen wenn ihr da bock drauf hat auch jetzt die frage aber ich möchte sowas habt ihr da bock drauf ich bin nicht mehr der jüngste bauer noch nicht der älteste also ich fühle mich so wie anfang mitte 20 würde ich mal sagen laut papier ist das irgendwo mit 44 so weit in der richtung ja aber ich sehe nicht aus wie ein vier ich bin stabil und hab ein bisschen lebenserfahrung die in einigen situationen so was wie früher ja da ist man in der bäckerei hat sich als kind ein niger großbrötchen gekauft heute wirst du angeguckt wenn du dir ein niger großbrötchen bestellst dann nennen sie die zigeunersuppe um sagt macht ihn ihr bitte mehr der moor vom weihnachtsmann ist weg ist mir egal mein suppenteller ist voll nur soviel dazu also das sollte so ein kleiner schmankerl von den themen werden ich mache jetzt hier mal pause schneiden ab weil ich glaube ein teil werde ich noch mal neu labern weil so lang wird ja kein vorstellungsvideo verdammt angst oder doch und geile schon lasst es mich bitte wissen ohne scheiß ob ihr daumen da oben macht oder nicht da unten könnt ihr auch wenn ihr wollt ein like, abo, glocke ist mir egal in erster linie interessiert mich auch der meinung und die ist wichtig für mich wie gesagt wenn ihr zufällig an dem roten knopf vom ellenbogen vorbeikommt beim rausgehen dann ist das ja auch ganz toll danke